Eine Nasenkorrektur ohne OP, die perfekte Nase ohne OP, die verläuft immer zunächst mit einer Beratung. Man sieht aber hier schon die Problemzonen und zwar einmal in dem Nasenrückenbereich die gebogene Nase, dann die Nasenspitze, die unbedingt behandelt werden sollte und dann kann man mit so einem Ergebnis glänzen, wenn man es perfekt gemacht hat durch ein Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie. Und das Endergebnis sehen wir dann hier in diesem Fall und man sieht wie schön das Ganze geworden ist.